Wir können heute von Hoffnung und dem Übergang in eine neue Phase sprechen, weil wir ja alle in den letzten Monaten in unserem Land sehr viel erreicht haben. Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr. Wir sind heute in vieler Hinsicht weiter, und das liegt in erster Linie an zwei Helfern, die wir gegen das Virus haben und die wir 2020 einfach noch nicht hatten. Und diese beiden Helfer sind die Impfstoffe, die verschiedenen Impfstoffe und die ganze Bandbreite von Tests.